Jo, wir sind gerade in der Nähe von dem größten Lebewesen der Erde, dem Great Barrier Reef. Und wir schnorchen jetzt hier. So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Guten Tag zusammen. Ich bin mal wieder im Torchel. Ich kämpfe da mittlerweile gar nicht mehr anders. Und mittlerweile ist es nicht mehr auf irgendeiner Insel in einem kleinen Korallenriff, sondern... Im Great Barrier Reef, mit dem Meer, wie man vielleicht schon gerade gesehen hat. Und ja, ich erzähle gar nicht viel. Ich versuche einfach mal hier alles schön zu filmen, dass ihr euch das ansehen könnt. Und es ist der absolute Hammer. Ich kann es echt nur empfehlen, nach Australien zu kommen und in dem Great Barrier Reef zu schnorcheln. Das ist der Omerhammer, echt. Man schwimmt hier mit den Fischen teilweise. Mit Schillkröten. Ja, mit Schillkröten. Die Korallen sind wunderschön, echt. Ich hab Flossen... ... 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